Die Kunst der Schweigen ist einfach ganz leise sein, denn sobald man Geräusche macht, hören die Aliens ein und kommen einen auch relativ zügig holen. Damit herzlich willkommen zu meiner spoilerfreien Filmkritik zu A Quiet Place 2. Mit A Quiet Place 2 haben wir die Fortsetzung, den zweiten Teil von dem Horrorfilm des ersten Teils und auch hier haben wir wieder einen klassischen Horrorfilm, was mir besonders gut gefallen hat, ist genau der Einstieg, den ich beim ersten Teil absolut vermisst habe und zwar steigen wir hier mit einem Rückblick in die Vergangenheit ein und sehen einfach, wie das Ganze hier überhaupt mal ins Rollen gekommen ist und das finde ich einfach so grandios, weil wir haben hier wirklich erstmal die normale Welt mit normalen Geräuschen und den normalen Menschen und das ist einfach viel angenehmer, weil ich fand den ersten Teil damals ein bisschen unglücklich vom Einstieg, weil es ging ja schon mit diesem Alles ist ruhig und leise los und das war mir ehrlich gesagt ein bisschen zu ruhig auch im Heimkino, muss ich ganz ehrlich dazu sagen, aber ein Hoch auf alle mit ausgelagerter Technik, denn gerade da kommt so ein Film natürlich grandios zur Wirkung. Aber was mir auch gut gefallen hat, ist einfach die gesamte technische Umsetzung, also das Alien-Design ist wieder super und man sieht auch, ich finde diese Schnitttechnik, die eingesetzt wird, einfach ganz gut. Häufig haben wir zwei Handlungsstränge, also Handlungsstränge an Ort A, Handlungsstränge an Ort B und dann gehen die auch zeitgleich in eine Action-Szene rein und dann wird das wirklich sehr stilvoll immer umgeschnitten, also von einem Feuerzeug auf Flammen beispielsweise, um von einer Szene zur anderen zu springen und das hat man in diesem Film wirklich grandios einfach weiterentwickelt und fortgesetzt und das macht einfach Spaß und die Story an sich ist, ja, wieder so eine klassische Überlebensstory, die transportiert jetzt nicht so wahnsinnig viel Inhalt, es gibt aber, ja, neue Erkenntnisse, zu denen ich an dieser Stelle natürlich nichts verraten werde. Weniger gut gefallen hingegen hat mir dieses, ja, ich sag mal nach dem grandiosen Einstieg in meinen Augen, dieses Weiter-So, danach springen wir direkt an das Ende von Teil 1 und machen dort weiter und das fand ich halt, ja, es ist sehr atmosphärisch, es ist sehr dicht und es ist auch sehr beklemmend, dadurch ist es diesmal wirklich gut. Ich finde allerdings, dieser Kontrast gerade zu dem Einstieg in die ganze Szene, die ist so viel größer als, ja, das, was danach kommt. Also wir haben diesen grandiosen Einstieg, der wirklich, ja, ich sag mal so, AAA-Kinoniveau in meinen Augen wirklich hat und dann geht es auf einem guten, soliden Wege weiter, ja, mit diesem Weiter-So, wir begleiten wieder die Familie, die wir auch im ersten Teil kennengelernt haben und, ja, es ist halt, es geht halt genauso weiter, wie Teil 1 aufgehört hat und wer Teil 1 mochte, ist hier gut aufgehoben. Zur technischen Seite sei gesagt, ich habe Quiet Place 2 über Amazon Video gesehen. Dort ist der Film jetzt neu verfügbar im 21 zu 9 Bildformat mit einem schönen, ja, einer guten Bildqualität, die durch die Bank weg eine gute Streamingqualität widerspiegelt. Auf tonaler Ebene haben wir, ja, natürlich Dynamikkompressionen, allerdings funktioniert die Dynamik in diesem Film. Klar, A Quiet Place 2 macht wie der erste Teil. Wir haben wirklich viele Szenen, die sind wirklich, ja, stumm, da ist kein Pieps irgendwie zu hören und dann ist natürlich jeder, ja, jede Lautstärke, die danach kommt, ist eine brutale Steigerung, weil wir vorher von Null starten und dadurch funktioniert die Dynamik über den Stream, ja, hervorragend, muss man ganz klar an dieser Stelle anmerken. Im Fazit bleibt für mich festzuhalten, dass wir mit A Quiet Place 2 eine schöne Fortsetzung bekommen vom ersten Teil, die in meinen Augen auch wirklich stärker ist, weil sie das, was ich beim ersten Teil vermisst habe, so ein paar Hintergründe aufzeigt. Somit bekommt A Quiet Place 2 von mir verdient vier Sterne in der Bewertung, ja, das für mich einfach die Hintergründe aufgezeigt hat, dass es atmosphärisch sich weiterentwickelt hat, gerade diese atmosphärischen Filminzinationen zwischen den Szenen, wo hin und her gesprungen wird, das ist wirklich grandios gut umgesetzt, da gibt es nichts dran zu rütteln und die Atmosphäre und Intensität vom zweiten Teil ist in meinen Augen auch deutlich über dem ersten Teil anzusiedeln, so dass ich hier wirklich, ja, in meinen Augen einen besseren Teil gefunden habe und das Ende lässt auch wieder Spielraum für einen potenziell dritten Teil, der, wenn er hier dran weiter anknüpft und wieder einen Schritt nach vorne geht, in meinen Augen etwas ganz Großes werden kann. Abschließend bleibt mir noch zu sagen, ich wünsche euch einen guten Rutsch ins neue Jahr und freue mich, wenn wir uns im Januar an dieser Stelle wiedersehen.